Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Arkana Gothic 4. Ich habe mir heute mal moralische Unterstützung mitgebracht, damit ich nicht wieder raid-critte. Hallo. Ja, der Dennox ist dabei. So, wo muss ich denn nochmal hin? Keine Ahnung. Ich war aber ja bei so einem scheiß Tempel da stehen geblieben. Und dann war das mir einfach zu behindert da. Ja, ja, ja. Der Dennox spielt im Übrigen Battlefield 3. Ja, klar. Und das haben wir jetzt natürlich sehr professionell gemanagt, dass unsere beiden Kommentare perfekt zueinander passen. Herr. Herr, ja, ich bin ein Herr. Wo muss ich denn nochmal hin, Alter? Wo war das denn? In den Dschungel? Musste ich glaube ich nicht. Ich muss jetzt nämlich nochmal schnell eine Runde aufnehmen, weil ich für morgen keine Parts habe. Oder für morgen keinen Part habe. Und warum ruckelt sich das Spiel schon wieder tot? Ich hasse es, Junge! Das ist so dumm. Ha! Ja, was? Ha! Alter! Das Spiel regt mich jetzt schon wieder auf, ey. Die Umgebung hier ist so kacke, Mann. Das Spiel läuft sonst immer so übelst flüssig. Nur jetzt bin ich in so einer scheiß Umgebung, wo überall Sumpf ist. Und jetzt ruckelt sich das die ganze Zeit mit 26 FPS tot, Alter! Oha! Halt die Frisse! Ja, keine Ahnung. Ich kann noch nichts zu sagen. Wo muss ich denn nochmal hin, ey? So ne kacke, Mann. Da hinten, ne? Hm. Ich war ja schon bei dem Tempel angekommen. Aber wo war der Tempel? So. Ich hab mich im letzten Part schon so über dieses Scheißspiel aufgeregt. Oh, verpisst dich, du scheiß Moorwesper, Alter! Ja, wie viele Viecher jetzt auch immer kommen, ey. Ja, fick dich doch, was bist du denn, Alter? Sumpfhai. Lücker. Das war so ein riesiger Regenwurm, ey. Ja, lol! Ich will gleich wieder sterben, ne? Ich mache das Spiel nach zwei Minuten direkt wieder aus. So, tot. Ja, looten. Einfach durchrushen hier, ey. Wo war der noch... Oh, mein, das ist der scheiß Tempel. Hä? Bin ich jetzt irgendwie komplett behindert? Ja. Hä? Ich bin... gestern... Wo bin ich denn lang gelaufen? Keine Ahnung, ich glaub jetzt einfach mal hier lang. Wenn das falsch ist, dann... Warum bin ich immer ein Kack-Russe im Mittelfield? Keine Ahnung, weil du ein Kack-Russe bist. Hä? Nein, ich will meine Waffe nicht ziehen. Ich auf jeden Fall bei dem Spiel, da bin ich nur ober tot. Gut. Hm, 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 hm. Ja, ihr fucking Lurker, könnt mich jetzt mal sowas von am Arsch schlecken. Und du konntest mich auch sowas von am Arsch lecken. Kein Bock mit euch zu kämpfen jetzt. Oh, ja. Auf der Minimap sind erstmal 30 Milliarden hinter mir. Vielleicht kann ich nicht mehr sprinten. Wir müssen im Übrigen demnächst mal wieder, äh, DZ aufnehmen. Ich hab keine Parts mehr. Ich hab nur noch 6 Parts oder so. Ich hab mal wieder gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Das Spiel ist so geil. Alter. Ich weiß, du hast aber schon so ein Messer in dem Spiel. Hallo, äh, kannst du mal dein scheiß Schwert rausholen, Alter? Ah! Bam, Junge! Du dummer One-Zone. Hallo, wo war denn dieser scheiß abgekackte Kack-Tempel, Mann? Ich war doch da gestern schon. Oh. WTF? Ja, genau, WTF. Da, da. Ich glaub, hier musste ich lang, oder? Und wieso wird mir der Weg... Ne, da geht's nach Hause. Hä? WTF? Was für ne Kacke, Mann. Egal. Ich werd nicht Rage-Critten. Nein, ich werd nicht Rage-Critten. Ich werd nicht Rage-Critten. Auch wenn ich sterben sollte, ich werde nicht Rage-Critten. Wie ist es da schlimm zu sterben, oder? Ja, das fuckt übelst ab, weil du übelst weit zurückgesetzt wirst. Und den Weg, den du auf der Karte schon gegangen bist, der, äh, ja, wird dir nicht anerkannt. Dann bist du wieder ganz woanders. Und du suchst dann wieder nen Scheiß-Tempel, so wie ich gerade. Kann ich da eigentlich rein? Oh, wo ist denn hier? Knoss-Statue. Oh, geil. Ich hasse diese Landschaft. Ich hasse sie. Ich... Ich hasse sie! Ich auch. Ich bin mal... Kein Russe. Wow. Ich dachte, du gehst jetzt erstmal auf K, Alter. Ich hätt' dich geschlagen. Ich wär' sofort... Hätt' das Spiel sofort ausgemacht, wenn du dich dabei wärst. Er würde ich gar nicht so aufnehmen. Oh, Chef. Da! Ich glaub' ich seh' den Tempel. Ja. Ich glaub' hier muss ich lang. Ich kann mich, äh... So'n bisschen noch dran erinnern. Da ist der Tempel, oder? Jawoll. Ich glaub' schon. Ja, da ist er. Ja, Mann. Ja, Digga. Ja, Mann. Ja. Bitte. So, da ist der Tempel. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt mal speichern jetzt. Hier! Und von euch dumm Hohensinn wurde ich im letzten Part geklatscht, Alter. Alter, ihr könnt' mich mal... Ich... Alter, fickt euch! Ah, jetzt... Ja, jetzt geht ihr mir nicht auf... Oh, Alter. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ja! Level up! Huh. Level up. Okay, ähm... Skill speichern. So. Zack. 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 So. Ja! Mann, Alter! Neue Teleport-Verbindung. Cool. Hi, Syrah. Du hier? Ich hier. Stellst du mir nach? Ich muss was für einen Magier erledigen. Ich auch. Hilf mir mal mit der Statue. Was stimmt mit der Statue nicht? Da fehlen noch ein paar Teile. Wahrscheinlich haben die Orks sie in der Gegend verstreut. Sie könnten auch in Ruinen liegen. In dem unheimlichen Ding? Da traut sich auch kein Ork rein. Schiff drauf. Ich schau mich in den Ruinen um. Sturkopf. Wenn ich mit den fehlenden Teilen zurückkomme, musst du die Statue zusammensetzen. Abgemacht. Andersrum genauso. Okay, äh... Bist du sicher, dass... Die Statuen... Die Statuen... ...teile hier draußen ruhen? Ja. Wie du meinst. Ich schau trotzdem mal in den Ruinen nach. Genau, ich schau mal in den Ruinen nach. Was hast du mit der Statue vor? Nicht dein Problem. Ist das so? Dann brauchst du ja auch meine Hilfe nicht. Na gut. Ich soll für einen dieser verrückten Magier das Wetter ändern. Angeblich war hier mal eine Statue, die das kann. Welcher Magier hat dich geschickt? Das geht dich nichts an. Was suchst du hier überhaupt? Statuen teile, wie es aussieht. WTF. Wahrscheinlich ist es dann so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nachher später sag, ich will Regen haben, will sie... Sonne. Oh. Was? Wurde dann von... nein. Und wurde dann von den anderen... WTF? Was ist das denn? Soll das hier Jump'n'Run-Action sein oder was? WTF? WTF? Wie dumm. Und ja... Wahrscheinlich ist das dann so. Alter, was ist das denn für eine Höhle, ey? Hallo? Na? Oh, cool. Abgenutzte Spitzhacke. Geil. Hallo, ich bin Arke. Na? Na? Oh, geil. Skelette. Tempelwächter. War mir immer noch. War mir immer noch. War mir immer noch. Leute, die geben aber richtig gut XP irgendwie. WTF? Was war das denn grad für'n Bug, Alter? Mhm. Ich hab' den abgeschossen, der hätte noch 0% und läuft da noch rum. Haha. Mal von einer KD von 0 zu 4, zu einer KD von 6 zu 4. Das ist doch richtig gut, Alter. Warte mal da ist an... Oh, Junge! Schreib mich doch nicht so an, Alter! Richtig! Ich hab' quasi nicht, wie viele Schüsse ich... Alter, die Leute sehen das richtig, man. Ich bin mit der Maus einfach so... Komplett so a la übelst gezittert, ey. Haha. Schreit der mich erstmal an, ey. Alter. Haha. Bam, Junge. Na, Headshot? Wie gefällt dir ein Headshot mit meiner geilen Armenbrust? Lol! Was sind das denn hier für Grafikfehler? Wie geil ist das denn? So, hallo, Tempelwächter. Ja, dich kann ich gar nicht erst looten. Geil. Oh, jetzt. Zwei, fünf, sieben... Penis. Lol! Ach, von da... Haha, ich hab' jetzt mal voll den Pfeil im Kopf stecken, ey. Was ist er denn drauf? Du kennst doch bei Kanäle die ganzen Container, ne? Ja. Ja. Ich war hinter dem Container. Der ballert einfach hin und auf einmal stehe ich wieder hinter ihm und der ballert immer noch dahin. Ja. Der ist so richtig gut gewesen, der Spieler. 10 zu 6. Früher, früher vor dem, vor dem großen Mega-Patch, da ging das ja, dass du, ähm, dich als Sniper mit deinen Drohnen auf die Häuser durchherauf cheaten konntest, weißt du? Ja, ich weiß, ich kann sie drauf stellen und dann hoch fliegen. Nicht behindert, man. Oh, jetzt sind erst mal 30.000 Tempelwächter, ey. Skipp mal Schall! Dieser, übertriebenen Mega-Patch. Ja, der irgendwie drei Gigabyte groß war oder so. Na, für PC merkt man da eh nicht viel von. Nicht? Also schon, aber die sind doch nicht so. Ich merke es vom Download halt nicht so, dass das so viel ist. Ich sage ja. Waffen. Uigui, Schweizer. Das ist ja einer. Hä, das ist voll behindert. Ich muss erst die ganzen Waffen von denen aufheben, um die richtig looten zu können. Und was ist, wenn ich die Waffen gar nicht haben will? Was brauche ich denn noch? Und toter Priester. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Typ 88 muss ich jetzt spielen. Guck mal, wie lange unser Skype-Gespräch geht. Was ist er denn? Ne, wir sind TSA, aber okay. Was ist er? Oh Gott, Alter. Keine Munition, fuck. Ich hab mal nicht. Soll ich dir welche hinwerfen? Ja. Ach, das ist ein Stein. Ach so, das ist so ein Typ mit dem... Ja, komm, wer doch mal mein... Du Mann, wenn hat er... Guck mal, ich pack dich in die Wand rein, Alter. Oha. So, tot. TOT! So. Genau. Was sind das denn? Wie viel für Ruinen, Mann? Ah, mein Arm. Oh, Alter! Egal, ich mach mich alle platt. Fick dich. Ah, fuck! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Oh Gott, ich muss abfüllen. Fuck you! Gut, und so. Ähm, das geht ungefähr... Ähm, das geht ungefähr... Ähm, wenn wir schon auf uns... 10... 11... 12... Ich nehme an keine Bolzen mehr. Wir sind seit 14... Wir sind seit 15 Minuten auf dem Test. Das ist so geil. Oh, hallo Magier. Na? Du Unter- oder Priester? Bam! Mit so'n dicken MG auf Entfernung hab' ich ihm gegeben, Alter. Ja. Was ist er denn? Diener, der gut... 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 Gut, ja. 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 Alter! Der hat mir grad... Alter! Mit einem von seinen scheiß Zauberdingern hat der mir grad... meine Hälfte Leben weggemacht. Ah! Stirb! Ja, komm! Wack dich! Ja! Alter, wenn ich jetzt sterb, ne? Nein! Wenn ich jetzt sterb, Alter! Nein! Oh, ich hab' ihn! Geiles Teil! Ich hab' ihn auch. Gut. So, Leute. Ich mach' dann aber hier mal nen Cut. Bis zum nächsten Paar. Tschö. Tschö.